Hallöchen Pumperchen! Ich mache heute die Mixing All of Your Nail Polishes Together Challenge, die Helle Muffy gestartet hat und ich habe jetzt auch meinen ganzen Nagellack zusammengesammelt und ich bin super gespannt, wie es dann aussieht. Du kannst auch gerne deine ganzen Nagellacke zusammenmischen und schreib mir das dann unten in die Kommentare, welche Farbe bei dir am Ende rauskommt. Und jetzt würde ich sagen, let's start it! Woo! Wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos und ihr seid ein Ohren! Woo! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017